Bist du transfeindlich? Ich habe das nur so richtig beiläufig mitbekommen. Ich habe tatsächlich nur ein Tweet und irgendwas gesehen, aber das war, da bin ich raus. Eieiei, da habe ich aber was angerichtet. Ihr erinnert euch noch an mein Video von vor zwei Wochen mit dem provokativen Thumbnail-Titel Transfrauen sind keine Frauen. Was? Warum sagt man sowas? Warum sagt er sowas? Warum sagt man sowas? Äh, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dieser Titel bezog sich natürlich nur auf eine vereinfachte biologische Betrachtung der Fortpflanzung. Ja, also diese vereinfachte biologische Betrachtung, das haben wir ja auch bei dieser Biologin gesehen, die weggekündigt wurde, also deren Auftritt verschoben wurde, weil es Proteste gab. Die hat das auch genutzt, um sich so ein bisschen polarisierend, der Fischbiologin übrigens, polarisierend sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja ein ganz normaler Prozess und so. Augenzwinker. Wie, dass das provokant aufgenommen wird? Augenzwinker. Digga. Hä? Transmenschen haben so viel Sch*** in ihrem Alltag, die müssen sich auch nicht noch, die müssen sich doch nicht noch mit irgendwelchen provokanten, provokanten Sch***, den sie, den sie, der sie provozieren soll, damit sie sich darüber noch aufregen, auch noch auseinandersetzen. Das ist doch total unnötig. Ich verstehe das nicht. Verstehe das wirklich nicht. Die Frage der geschlechtlichen Identität sieht es natürlich anders aus. Jeder darf sich als das identifizieren, was sich für ihn am besten anfühlt. Eine tolerante Gesellschaft sollte dann jeden Menschen auch so akzeptieren, wie er ist und wie er sein will. Das habe ich im Video ja bereits gesagt. Der Titel der Folge war natürlich für manche eine Provokation. Man könnte auch sagen, es war ein Köder. Oh Gott, KuchenTV hat eine Falle gestellt. Ich habe meine Frau gar nicht geschlagen. Ich habe nur so getan, damit ich mal sehe, wie die Leute reagieren, wenn ich das behaupte. Und damit habe ich euch alle Obst genommen. Was? Was? Was hast du? Digga. Jetzt war ein zentraler Kritikpunkt meines Videos ja... Ich habe meine Fallenkarte aktiviert. Ich spiele... Das habe ich selber ganz schön verkackt im Angriffsmodus. Ich spiele kritischer Patzer. Der Effekt der Karte bedeutet, ich habe eine kontroverse Aussage gemacht, habe aber nicht mit dem negativen Feedback gerechnet und meine gesamte Spielfeldseite befindet sich nun in der Opferrolle. Unter anderem, dass vor allem... Das ist witzig. Auf Twitter selbsternannte LGBTQIA plus Aktivisten sich immer viel zu schnell provozieren lassen, gar keinen Spaß verstehen, extrem aggressiv... Ich weiß, voll witzig. Also trans Frauen sind keine Frauen. LOL. Also ich verstehe nicht. Also ich bin ja auch von den Woken Linken bin ich ja eher ein Konservativer, aber das ist schon merkwürdig. Es ist nur eine Minute acht vorbei und ich habe schon sehr viel gelacht, muss ich sagen. Das geht 34 Minuten. Und mit einer fast totalitären Weltanschauung Menschen in Kategorien einsortieren wollen. Wenn du nicht zu 100% unserer Ideologie folgst, dann bist du transfeindlich und rechts. Und ich würde super gerne was anderes berichten, aber es ist leider genauso gekommen wie befürchtet. Was ist passiert? Es begann alles damit, dass der liebe Sigmann ein Reaction-Video zu meinem Video gemacht hat. Da ich sachliche Kritik natürlich ernst nehme, habe ich mir sein Video angeschaut und es kommentiert. Ein großer Kritikpunkt von ihm lautete, dass ich in meiner Berichterstattung nur über und nie mit Transpersonen gesprochen habe. Weswegen Sigmann in der zweiten Hälfte seines Videos betroffene Transpersonen zu Wort kommen lässt, die von ihren persönlichen negativen Erfahrungen berichten. Stabil. Guter Mann. Genau zu diesem Vorwurf formulierte ich dann folgenden Kommentar. Ab Minute sieben dann anekdotische Betroffenheitsberichte. Allein das jetzt geschrieben zu haben, triggert vermutlich schon wieder. Tief durchatmen, so böse wie es für dich klingt, ist es gar nicht. Ich reagiere grundsätzlich nicht auf emotionale Geschichten von Betroffenen. Ist in meiner Sendung noch nie vorgekommen, dass ich solch eine Art der Berichterstattung gemacht hätte. Als ich diesen Kommentar schrieb, war mir überhaupt nicht bewusst, welch Zündstoff darin steckt. Hä? Alleine das jetzt geschrieben zu haben, triggert vermutlich schon wieder. Tief durchatmen, so böse wie das ist, gar nicht gemeint. Hä? Natürlich, du hast extra in dem Kommentar verfasst, dass das sehr klar in eine bestimmte Richtung gedrückt wird und von dir nochmal durch einen zusätzlichen Kommentar neu ausgerichtet werden muss. Hä? Vermutlich, weil ich den Kommentar komplett anders gemeint habe, als er von Twitter-Nutzern gelesen wurde. Da man den Kommentar wohl missverstehen konnte, braucht es vielleicht eine Erklärung, warum ich nicht auf Berichte von Betroffenen reagiere und sie auch nicht in meiner Sendung verwende. Ganz generell versuche ich bei meinen Videos auf solche Erfahrungsberichte von Betroffenen zu verzichten. Bei meiner Corona-Berichterstattung habe ich zum Beispiel keine Schockbilder aus Intensivstationen gezeigt. Ich habe auch keine Interviews mit Long-Covid-Patienten oder Menschen aus der Pflege geführt. Und das, obwohl ich reichlich Anfragen hatte und solche Erfahrungsberichte meinen Standpunkt wunderbar untermauert hätten. Ich bin mir sicher, meine Videos hätten sich noch viel häufiger geklickt, wären noch viel häufiger geteilt worden, hätte ich Betroffene zu Wort kommen lassen. Emotionen bringen Reaktionen, bringen Klicks. Gerade auf Social Media und bei Sensationsmedien wie zum Beispiel der Bild-Zeitung oder ganz extrem bei der Verbreitung von Verschwörungserzählungen werden super häufig emotionale Erfahrungsberichte genutzt. Nichts triggert unsere Empathie mehr als ein anderer, zutiefst emotionalisierter Mensch. Es ist also sehr verführerisch, die eigene Berichterstattung mit aufwühlenden Geschichten einer betroffenen Person zu unterfüttern. Aber kann man das für diesen Fall so generalisieren? Ich glaube nicht. Viele Medien machen sowas. Ich versuche darauf zu verzichten. Darauf bezog sich mein Kommentar unter dem Video von Sigmann. Und was wurde aus Twitter daraus gedreht? Naja, kein geringerer als mein Entdecker, D.Karl Dent, twitterte... Ey, Karl, du bist im TV! Karl! Ich schicke ihm jetzt ein Bild davon. Karl, du bist im TV! Karl! Du bist im TV! Karl hit the big screen. Dann einen Screenshot genau dieses Kommentars mit den Worten, stell dir vor, betroffene Menschen berichten von ihren Problemen, ihrem Struggle und der Tatsache, dass die eigene Identität ein Riesenproblem sein kann und du bist so ein Schimmel, dass du das dann als anekdotisch abtust und Betroffenen ohnehin keine Beachtung schenkst. Schäm dich, Sinan. Ich fasse zusammen. Was ich gesagt habe, ich reagiere nicht auf Berichte von Betroffenen und nutze sowas nicht in meiner Sendung. Was bei Twitter ankam, Sinan schreibt auf Transpersonen und ihm sind ihre schlimmen Erfahrungen komplett egal. Ja, also da muss man aber auch ganz klar eine eigenverantwortliche, einen eigenverantwortlichen Bezug erstellen, 4,54. Wenn du schreibst, ab sieben, Minute sieben dann die anekdotische Betroffenheitsberichte, ist schon eine sehr abwertende Formulierung für das, was da gemacht wurde. Betroffene zu Wort kommen lassen, nee, ich höre mich nicht an, weil das sind ja jetzt die klassischen anekdotischen Betroffenheitsberichte, so wie sie Bild macht. Ah, also das kommt, also da muss man auch mal Eigenverantwortung, Christian Lindner, eigenverantwortliches Handeln in den Vordergrund stellen. Das ist so schon, das ist schon nicht nur von oben herab formuliert, das ist auch schon in eine klar eher abwertende Richtung. Das ist schon, ich meine, lass dir das von jemandem sagen, der abwertend, der mit im Rahmen von abwertende Formulierungen als Synonym geführt wird, nämlich ich, ich kann auch sehr abwertend formulieren und das steuert man schon sehr bewusst. Solche Erfahrungsberichte von Transpersonen sind natürlich super wichtig. Sowas muss dokumentiert, analysiert, eingeordnet werden. Mir aber aufgrund der Tatsache, dass ich solche Berichte nicht nutze oder darauf reagiere, zu unterstellen, ich würde der gesamten Problematik keine Beachtung schenken, das ist schon ein ziemlicher Stunt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich immer für mehr Akzeptanz und Vielfalt in der Gesellschaft werbe. Ich hatte dann noch kurz versucht, auf Twitter zu intervenieren, aber keine Chance. Für Karl und seine Meute war ich sofort der transfeindliche. Ja, also man muss halt natürlich dazu auch sagen, diese Bewegung da, ich habe das ja auch hier in meinem Chat schon gelesen, ist eine sehr unbequeme, sehr unbequeme Bewegung. Ein dummer Hetzer, der auf Transpersonen und ihre persönlichen Erfahrungen schießt. Jetzt verp*** ich, du Cis-Dude. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also ich verstehe schon, dass die Antipathie da ist, aber die Zuschauerschaft von Karl ist wirklich... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also da ist schon eine sehr interessante Blase entstanden, die sich halt kultiviert hat, aber es ist... Es passierte leider wirklich exakt das, was ich in meinem Video kritisiert hatte. Es wurde mit jedem Tweet emotionaler und aggressiver, bis hin zu irgendwelchen Gewaltfantasien, in denen irgendein Nutzer davon sprach, dass ich vielleicht randommäßig auf der Straße angegriffen werden könnte. Wer weiß. So und jetzt... Oh Gott. Man muss Twitter und diese toxische Bubble ignorieren. Letztlich habe ich mit meiner Provokation im Thumbnail ja ein Experiment gestartet. Entschuldigung. Ich hätte fast speien müssen. Ich habe ein Experiment gestartet. Ich hätte nicht trinken sollen. Ich habe gerade den Tommery fast gemacht. Ich muss sagen, ich hätte auch fast den Tommery gemacht. Das war gerade schon sehr unangenehm. Ich hätte fast ein bisschen gespeit. Fast kurz, ganz kurz die Konten aus fast verloren. Was dann leider genauso explodiert ist, wie ich es befürchtet habe. Ich finde es toll, wenn man Experimente macht, bei denen man vorher weiß, wie sie ausgehen und dann sagt man, boah, ich habe voll gewusst, wie die aussehen. Ich fühle diese Herangehensweise nicht. Ich verstehe das nicht. Gut, Beweis erbracht. Damit ist die Geschichte für mich auch erledigt. Denn wenn ich auf eine Sache gerne verzichten kann, dann ist das eine sinnlose Spirale von Hass. Und sei es nur Internethass auf Twitter. Das alles führt einfach zu gar nichts. Und das Schlimmste für mich ist ja, es schadet im Grunde einfach nur den Betroffenen. Ich weiß nicht, was Dekadent mit seinem Tweet wirklich bezwecken wollte. Ich weiß auch nicht, was diese Internetaktivisten sich davon versprechen, mich, einen Unterstützer der LGBTQIA-Bewegung, anzugreifen. Also ich möchte behaupten, dass die ganz stark anzweifeln, dass du ein Unterstützer bist, wenn du ein Video produzierst mit einem Thumbnail, wo drin steht, dass Transfrauen keine Frauen sind. In Klammern OO. Also ich weiß nicht, ob die solche Unterstützung brauchen. Ich glaube, die brauchen auch meine Unterstützung nicht, ganz ehrlich. Nochmal, ich bewege mich in einer sehr abgewendeten, trotzdem linken Perspektive meines Lebens. Ich glaube, sogar meine Unterstützung brauchen die nicht. Aber da muss man doch einfach mal in der Realität ankommen und sagen, ich weiß nicht, die brauchen das dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ich nehme Kritik ja ernst. Wenn hunderte Menschen auf Twitter mich als transfeindlich beschimpfen, dann müsste man doch irgendwie rausfinden können, ob an diesem Vorwurf etwas dran ist. Und zwar nicht auf so einer Wischiwaschi, du hast die falschen Pronomen verwendet Ebene. Nein, wenn an diesem Vorwurf etwas dran ist, dann muss man das doch wissenschaftlicher mit ein bisschen mehr Fundament untermauern können. Kann ich meine Werte und meine Ansichten nicht irgendwie mal überprüfen? Ich meine, hey, vielleicht bin ich oder du ja LGBT-feindlich, ohne dass wir das wissen. Und die gute Nachricht ist, wir haben wissenschaftliches Material, um der Frage der Feindlichkeit gegenüber LGBT auf den Grund gehen zu können. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat eine 200 Seiten starke Studie inklusive Umfragen und Auswertungen herausgebracht mit dem Titel Einstellungen gegenüber lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen in Deutschland. Und was soll ich euch sagen? Ich habe mir diese 200 Seiten reingezimmert. Ich verstehe jetzt, also ich verstehe jetzt nicht, was das mit ihm zu tun hat. Ich gucke mal, was das Fazit ist. So, wie sieht es denn jetzt aus? Hat der Twitter-Mob recht? Bin ich homophob und transfeindlich? Nachdem ich die gesamte Studie gelesen, die Umfragen selbst mitgemacht und die Ergebnisse jetzt mit euch geteilt habe, kann ich nur zu einem einzigen Schluss kommen. Ich bin vielleicht ein etwas zu rationaler, ironischer kleiner B***er, der gerne mal provoziert und auch die bösen Wörter in den Mund nimmt. Aber ich bin einfach nicht homo oder transfeindlich. Ich bin nicht homo oder transfeindlich. Ich habe die 200 Seiten durchforstet. Man findet nichts zum Thema Gendern, Pronomen oder Transpersonen im Sport. Diese Themen kritisch zu besprechen, scheint wohl einfach kein Indikator zu sein, um transfeindliche Einstellungen zu entlarven. Ich habe die Befürchtung, dass sich Internetaktivisten da in etwas verrannt haben. Die Mehrheit der Deutschen zeigt eine überwältigende Akzeptanz gegenüber LGBT-Personen. Und dennoch ist die Wahrnehmung von Diskriminierung nach wie vor vorhanden. Die Bereitschaft, für echte Gleichberechtigung zu sorgen, war noch nie so groß wie heute. Also wieso dieser aggressive Aktivismus, der alles angreift, was nicht zu 100% den eigenen Vorstellungen entspricht, der bei kleinsten Abweichungen von der eigenen Ideologie jeden zum Feindbild erklärt. Bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Aktivismus ist ja grundsätzlich eine gute Sache, aber radikaler, aggressiver Aktivismus macht meiner Meinung nach mehr kaputt, als er bewirkt. Jetzt haben wir gesehen, dass die Tendenz ja schon ganz gut ist, aber Homo- und Transphobie natürlich immer noch vorhanden sind. Damit ich nicht nur die ganze Zeit erwähne, was man nicht machen sollte, hier mal ein paar Vorschläge, was man machen sollte. Grundsätzlich ist das beste Mittel gegen Phobie oder Feindlichkeit die Sichtbarkeit. Je normaler etwas wird, desto weniger wird es bekämpft. Also ich raffe jetzt noch nicht, immer noch nicht ganz, was das mit ihm zu tun hat. Also habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Der hat jetzt wegen diesen ganzen Sachen eine Umfrage gemacht, einer Studie, ob er denn transfeindlich homophob ist. Und weil er das angeklickt hat, ist das nicht so? Und hä, das habe ich jetzt nicht, raffe ich nicht doch. Was ist das Wichtigste geskippt? Das hoffe ich doch. Also ich gucke mir doch jetzt hier nicht die Studie an. Also ich werde doch jetzt hier, also jetzt mal ganz ehrlich, Alter, das ist ja übel langweilig. Weißt du, wie man ganz einfach sagt, dass man nicht transfeindlich ist? Man macht kein YouTube-Video mit einem Thumbnail, das so aussieht. Das ist das Einfachste. Da musst du keine Umfrage mitmachen oder so. Du musst keine Umfrage machen, musst keine Studie lesen mit 200 Seiten. Gar nichts. Du musst einfach nur solche Videos nicht machen. Das ist alles. Also wirklich, that's it. Simple, solved. Oder Kommentare schreiben, die so eine merkwürdige Relativierung in Zusammenhang mit, ja, das macht ja die Bild-Zeitung und so, aber ich mache das nicht. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Also ich bin mir jetzt hier vollkommen bewusst, dass ich mir die ganze Scheiße nicht reinziehe. Aber das wirkt ja auch wirklich, das wirkt ja wie so ein Entlastungsvideo. Ich stimme übrigens in dem Punkt überein, in dem ich sage, dass die aktivistische Betracht, also diese Aktivistenbewegung schon mal sehr merkwürdig sein kann. Und ich glaube aber auch, dass man grundsätzlich, egal in welchem Bereich man sich bewegt, dass man sagt, auf Twitter findet keine Diskussion statt. Twitter ist nur noch dafür da, um Personen einer anderen Perspektive, einer vielleicht auch grenzwertigen Perspektive durchzubeleidigen. Das heißt, anstatt nur sie oder er haben wir dann noch hen, das englische they, sie, er, sie, er oder xier. Ein Satz mit Neopronomen könnte dann so aussehen. Ali ist also nicht hier oder versetzt uns wegen xisem Geschlecht, was typisch für xin wäre. Ohne das werten zu wollen, ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil der Bevölkerung solche sprachlichen Veränderungen ablehnen wird. Und das muss man einfach akzeptieren. Daraus lässt sich keine Transfeindlichkeit konstruieren. Natürlich muss man nicht absichtlich die falschen Pronomen verwenden. Wenn man zum Beispiel weiß, dass Tessa Ganserar jetzt eine Transfrau ist, dann kann man respektvoll sie sagen. Ihr würde das sicherlich gefallen. Ähnliches gilt auch für das Gendern. Wer es machen möchte, soll es gerne machen. Wer es ablehnt, darf nicht pauschal der Transfeindlichkeit bezichtigt werden. Zum Thema der sprachlichen Veränderungen sagt die Studie im Übrigen folgende. Bei der Problematik des Genderns stimme ich in diesem Zusammenhang überein, aber das lässt so ein bisschen die Realität außer Acht. Denn die Realität ist leider folgendes, es werden nicht Leute, die Transphob genannt, die Gendern ablehnen, sondern es wird Leute Transphob genannt, die sich darüber lustig machen. So, das ist halt das Problem. Wenn es nur darum gehen würde, dass man einen sprachlichen Veränderungshebel hat, der neu ist und das wird nicht gemacht und so, ist ja okay, ist ja alles klar. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber womit man in der Internetkultur ganz oft zu tun hat, ist halt Leute, die das halt ridiculieren, also die dann halt einfach sagen, guck mal, und dann lassen sie halt ihren Mundstuhl raus. Das ist dann nicht so, dass die sagen, die machen das nicht und die werden dafür verurteilt, sondern die haben halt nichts Besseres zu tun, als sich mit dem Versuch, über den Versuch lustig zu machen, dass Menschen sich zutrauen, da halt einfach eine spezifische Änderung für sich selbst zu finden. Und das ist halt leider auch ganz oft der Fall. Also so oft, Bruder, wie oft du diesbezüglich, also das ist, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon erlebt habe, es geht in die tausenden Male rein, also zehntausende Male. Während auf der einen Seite die Reflexion über diskriminierungsfreie Sprache wichtig ist, heißt es auf der anderen Seite, alle Bevölkerungsgruppen, dazu gehören auch Personen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, anzusprechen und abzuholen, also bei der Prävention und Intervention, keine neue Barrieren durch Sprache aufzubauen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir müssen alle Bevölkerungsgruppen abholen. Ob das bei folgendem Satz noch der Fall ist, darf jeder selbst entscheiden. Wir suchen eine Mitarbeiterin, der die, seine, ihre, KollegInnen bei der Betreuung der GästInnen unseres Restaurants wie der BesucherInnen unseres Spas unterstützt. Ich möchte es diplomatisch ausdrücken. Ich habe Verständnis für Menschen, die sagen... Ey, ihr Amteure! Und by the way, hier waren noch keine Neopronomen enthalten. Also ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Ich hoffe, nach diesem Video ist nun endlich alles gesagt und ich werde dieses Thema auch erstmal weiter ruhen lassen. Genauso wie mein Twitter-Account. Ich glaube, dazu habe ich alles gesagt. Hier ist das Video nochmal, falls jemand die Stellen sehen will, die ich weggeskippt habe, weil ich dieser Studie jetzt nicht lauschen wollte. Fand ich jetzt in Zeitverschwendung. Aber somit habe ich das mal gesehen. Weird. Weird! 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 Bis zum nächsten Mal.